Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Super Mario Maker 1 Level per Day. Das heutige Level wird mich wahrscheinlich am Rande des Wahnsinns treiben. Deanos Mega Man on Speed 2. Ähm. Mh. 0,69% Abschlussrate. 147 von 1327 haben es geschafft. Also, da ist schon was dahinter. Da ist was dahinter. Bin ich jetzt einer von den 0,69? Oder bin ich ein Noob? Das werden wir sehen. Let's go. Dean. Mit Deanos Mega Man on Speed 2. What the? Oh nein. Das meint der ernst mit Speed? So viel zum Abkürzen, ne? Ich muss bis dahin kommen, ohne getroffen zu werden. Ernsthaft? Hat er an alles gedacht? Ich will's jetzt gerade testen. Er hat nicht an alles gedacht. Die Frage ist, ist es machbar? Durch... Es wäre machbar. Es ist machbar. Es ist machbar. Verdammt! Aber es ist machbar. Und ja! Okay. Hat die Taste nicht genommen. Ich sag ja, es wird mich an den Rand meines Verstandes bringen. Da ist nicht viel. Das ist echt fies. Das ist echt fies. Ich kriege keine kleinen Sprünge hin. Ich weiß nicht warum. Konnte ich noch nie. Tschüss, Megamen. Jetzt mach ich zu schnell. Der reagiert nicht, wenn ich ganz kurz drücke. Gar nichts. Da sag ich jetzt mal. Scheiß Billig-Controller. Oder er reagiert gar nicht mit dem Springen. Probieren wir's mal mit der nächsten Tastenkombination. Das sind ja noch 10 Minuten, wo ich's jetzt testen kann. Das sind ja noch 10 Minuten, wo ich's jetzt testen kann. Ich glaub, die andere Variante war doch besser, weil den Hit krieg ich eh. Wobei, meine Frage ist jetzt, wenn ich da mehr Speed nehme. Wie doof bin ich, wie doof, wie doof, wie doof, wie doof, wie doof. Sau doof, sau doof. Mach das wirklich so viel aus, dieser Speed von dem Trampolin? Das wird eine Quali. Ja. Du kannst das Droh, du schaffst das Droh, haben sie gesagt. Oh mein, Hinten! Bam, bam! Mario hat halt so'n, ähm, Stachel-Fetisch. Ich brauch was zum Zerschmettern. Ich krieg gleich ein Kind, ey. Ich krieg gleich ein Kind! Nein, das war zu viel! Musste schon vorher abbremsen. Wisst ihr, wir hatten bisher immer das Standardende? Wisst ihr, auf was ich jetzt mal Bock habe? Toll, 29 Sekunden. Ich nehm doch das Standardende. Ernsthaft? Jetzt knurrt grad mein Magen, jetzt krieg ich grad Hunger. Also wenn ich gleich grad das Kind kriege, dann werd ich das Kind Korti nennen. Und warum? Weil ich's kann. Dann werd ich das nur noch schlagen. Nein, ich schlag keine Kinder, aber trotzdem. Korti dann ja. Ja. Warum krieg ich das jetzt nicht nochmal hin? Warum? Ich bin grad gesprungen. Habt ihr die Animation gesehen? Habt ihr? Ja. Ich hasse Rainbow Road! Moment, das war jetzt gerade falsch. Egal. Es geht mir grad alles durch den Kopf. Alles. Von irgendwelchen Tötungsdelikten bis was weiß ich nicht. Hat jemand gezählt, wie oft ich gestorben bin? Könntest du ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, 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 ja. Ah. Schöne Sache. Ja, komm, kommt ihr nochmal wieder? So, jetzt hab ich's auch daneben bekommen. Bye. 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 Chill out Bitte fügen Sie jetzt die Chill out Musik an Zu weit aus, Gold Drei Minuten noch, Queen Drei Minuten Drei Minuten werde ich jetzt noch meines Lebens opfern I keep on fallin' in spikes I keep on fallin' in spikes I love spikes Marionaut Okay Geil Checkpoint Don't cry for me Argentina Ah ne, die wollte ja nicht weinen, egal Don't cry for me, little show play Okay Jetzt hab ich's Links Rechts Sprung Links Dann nehmt den Sprung nicht so ganz Okay Okay Einen Versuch noch Einen mach ich jetzt noch Wobei ich jetzt sehr weit gekommen bin, ne Muss man ja dazu sagen Okay Es ist scheißen schwer Es ist scheißen schwer Ich habe geflucht Und so weiter Probiert es selber Ich würde sagen Ich kann das Level nicht einschätzen Wie es noch weiter wird Oh Darum kann ich da auch keinen Stern geben Ähm Ja Bis zum nächsten Mal Ich bin euer Trout rein Tschö 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 Tschö